In diesem Video... Ach, deswegen wollte sie die Dickpics. Also es ist nichts, also es ist, also es ist etwas, also... Hallo Leute und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Ungeklickt. Hi, ich hoffe es geht euch gut, vielen, vielen Dank für die lieben Geburtstagslückwünsche und Hallihallo, Hallöchen zu Ungeklickt. So, schreiben sauviel Leute, Annie the Duck, das ist krass. Habe ich gar nicht auf der Liste, aber wir können auf jeden Fall reinschauen. Annie the Duck, was hat sie denn in Gruppe, was hat sie denn gemacht? Zehn Dinge, die Mädchen nicht über Lulus wissen. Ah, okay, ja, ja, okay, sie hat ja erst ein Video über BH, also über Brüste gehabt. Zehn Dinge, die Männer nicht wissen, was, ich kann nicht reden. Zehn Dinge, die Männer nicht über Tatas wissen und jetzt zehn Dinge, die Mädchen nicht über Lulus wissen oder zumindest einige, okay. Ja gut, dann gucken wir mal, ob das stimmt und fangen damit direkt mal an. Let's go, der Hase. Liebe Freunde, halte in den meisten Fällen keine Versprechen. Also hier ein Video über... Moin, Servus. Ich habe all meinen Kontakten bei WhatsApp oder den meisten, die männlich sind, einfach mal so einen mega langen Text geschrieben von wegen, hey, ich weiß, mega unangenehm, aber ich mache so einen... Ach, deswegen wollte sie die Dickpics. Oh mein... Spaß, 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 Spaß. Video, kannst du mir vielleicht so mega intime Sachen über deinen... Oh, erzählen. Ich weiß jetzt viele Sachen. Ich weiß, wer beschnitten ist und wer nicht. Oha. Was ich nicht wissen wollte. Ich wollte halt eher so, ich sag mal... Solus, vielen, vielen Dank für den Sport. ...und nicht über... Aber ich habe sehr, 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 sehr viel über... ... gelernt als Mann. Sehr viele Techniken gelernt. Dinge, die ich nicht lernen wollte. Dinge, die ich niemals wieder vergessen kann. Fangen wir mit dem wohl beliebtesten Fakt an. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt zwei Arten von... Flut... Ich wollte sagen Flut und Bleich. Moin. Blut und Fleisch. Servus. Es gibt Johnnys, die eher klein sind. Und dann, wenn sie sehr glücklich sind, groß werden. Und dann gibt es Lulus, die eher groß sind. Und wenn sie glücklich werden, nur so ein bisschen größer werden. Das eine sind Blut-Johnnys. Und das andere sind Fleisch-Lulus. Oh mein Gott. Okay, also erstmal... Juhu, ich kenne mich mit P... aus. Yeah! Okay, let's go. Ich komme mir vor wie im Kindergarten. Aber wir müssen so reden, Leute. Sonst wird das Video direkt gesperrt bei YouTube. Das macht gar keinen Sinn, was sie sagt. Am Anfang sagt sie explizit das Wort. Wir reden heute über... Moin. Und jetzt sagt sie, wir reden über Blut-Lulus und Fleisch-Johnnys. Hä? Erstmal wird das Video nicht gesperrt, sondern nur entmonetarisiert. Aber das hier... Ein Video über... Moin. Da hat sie das Wort gesagt. Aber hier darf man es nicht mehr sagen. Welche Art von Johnny ihr auch habt... Es ist alles... Johnny soll ich aufhören. Nein. Welche Art von Schnupsi-Bupsi ihr auch habt da unten... Zu bescheinern. Alle funktionieren sie am Ende des Tages genau gleich und genau gleich gut. Also Mädels, falls ich bei den Schnupsi-Bupsi eures Freundes... Oh mein Gott. Also bin ich jetzt hier bei... Bin ich jetzt hier bei... Wie heißt die nochmal? Die Twitch-Streamerin mit der Zahnlücke? Bin ich jetzt hier bei Milchbaum gelandet? Und Alter... Was ist denn hier los? Wenn ihr euch mal die Schnupsi-Bupsis... Bruder. Also... Ganz ehrlich. Also Mädels, falls ihr euch mal den Schnupsi-Bupsi eures Freundes im Ruhezustand anschaut und euch denkt... Mensch, das ist aber jetzt nicht so viel. Seid entspannt. Da geht noch mehr. Denn dann passiert die Magic. Falls ihr aber einen Freund habt mit einem Fleisch-Lulu, dann gibt es am Ende nicht so viel Magic. Aber dafür ist halt alles immer sehr aubergenic. Ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Oder Kleiner wird größer, groß und wird ein bisschen größer. Beides funktioniert am Ende gleich gut. Und die werden alle am Ende gleich groß. Oder wie auch immer. Nächster Fakt. Ich habe leider keine Sch***, die ich rumwerfen kann. Tut mir mega leid. Ich wünschte ich könnte. Meine lieben Freunde, der größte Feind des Mannes ist eine... Sagen wir mal... Überraschungsparty des Johnnies, die er plötzlich unten feiert. Mitten am Alltag. Also... Surprise-Erektion. Wie man es auch nennen möchte. Was aber viele Mädels denken ist, wenn ein Typ irgendwie mitten am Alltag, irgendwie in der Schule oder whenever... Plötzlich sein kleiner Kumpel rauskommt und sagt... Hallo, hier bin ich. Ey, sorry, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir das Video komplett geben kann. Es ist ein wenig... Also es ist nichts... Also es ist etwas... Also... Das Video über Brüste war schon etwas anstrengend. Aber dieses Video, das schießt komplett den Vogel ab. Das Problem ist, ich glaube, bei Brüsten konnte Anni noch mehr darüber so easy locker reden, weil sie selber halt in der Position ist, eine Frau zu sein. Aber jetzt, wo es über das männliche Geschlechtsteil geht, ist es einfach nur noch annoying, wie die ganze Zeit irgendwelche Umschreibungen genutzt werden. Und ja, wenn der kleine Freund mal... Kuckuck, hallo, 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 hallo. Oh mein Gott. Aber ich will mehr über Penisse erfahren, weil ich kenne mich mit Penis nicht aus. Ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht. Wenn wir mitgucken, was da oben abgeht in der Welt, dann heißt das nicht, dass er gerade mega geil ist und unbedingt die Waffel gebuttert haben möchte. Das macht gar keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn, was zu reden. Das ist ein bisschen vergleichbar wie bei weiblichen Nippeln, die einfach so mitten am Tag steif werden können. Hat nichts damit zu tun, dass er unbedingt guckt will. Kann sein. Muss nicht. Gerade in der Pubertät passiert das extrem häufig. Also manche meinten, dass es bis zu zehnmal am Tag passieren kann oder öfter. Wird nicht ganz verschwinden, aber im Erwachsenenalter wird es sehr viel weniger, liebe Freunde. Im Erwachsenenalter kriegt ihr dann gar keinen mehr hoch. Besonders unangenehm sind aber diese Surprise-Schniepelis, vor allem bei, ich lese vor, Zitat, im Sportunterricht, kurz bevor du für ein Referat aufgerufen wirst, bei einem Date, auf dem Schulkonzert, wenn du auf der Bühne stehst, beim Arzt und mein absoluter Favourite, beim Zockabend mit deinem besten Freund, dem du dann sehr lange erklären musst, dass du wirklich nicht schwul bist. Und falls ihr einen von diesen Surprise-Schniepelis bei irgendeinem Typen sehen solltet, der wahrscheinlich gerade noch in der Pubertät ist, dann verurteilt ihn nicht, kann er weniger führen. Und es ist für ihn gerade unangenehmer, als es für alle anderen auf jeden Fall ist. Ist das so, dass man einfach sich so ein Foto deiner Oma anguckt und dann geht das weg? Ja, vielleicht sollten deswegen alle Typen immer ein Foto ihrer Oma im Poppon nehmen. Oh mein Gott, ey, oh mein Gott, Alter, das ist, also, das ist, also, es ist disgusting, Alter, es ist disgusting. Wir haben für den Fall der Fälle. Oh nein, ha, puh, weg. Okay, ey, was drehen wir für ein Video, Alter? Nächster Fakt. Die Sache mit der Morgenlatte Macchiato. Wir alle trinken gern Kaffee morgens, ne? Naja, egal, was. Das müssen wir raussehen, dass es klingert wie schwebwünsche würde. In 95% der Fällen wachen Männer mit einer Latte Macchiato im Bett auf. Nicht, weil sie so mega krass geile Träume jede Nacht haben, sondern das liegt meistens daran, dass morgens der Testosteron-Gehalt am höchsten ist und dann, ja, sagt ihr schon mal Hallo. Ist immer ganz witzig, wenn man darüber redet, aber es soll wohl auch sehr unangenehm werden. Ich kenne euch mal vor, ihr wacht morgens mit einem Latte Macchiato auf und müsst mega dringend pinkeln. Ja, man kann mit Latte Macchiato pinkeln, aber es ist ein bisschen schwieriger mit der Treff... Sicherheit, sag ich mal. Also, was tut, fragt man sich. Es gibt ein paar beliebte Methoden, wie man das Ganze lösen kann. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier also die beliebtesten Posen, wenn man mit Latte Macchiato super dringend pinkeln muss. Liebe Freunde, schreibt gerne unten in die Kommentare, welche euch am besten gefällt. Wir hätten hier einmal ganz weit weg hinstellt und versuchen zu... Sorry Leute, aber wer sowas macht, vor allem bei sich selber zu Hause, bei öffentlichen Netten oder auch bei Freunden, das ist wirklich einfach nur disgusting, Alter. Das ist einfach nur richtig unehrenhaft. Wenn ihr selber eure Wohnung putzen müsst und euer Klo putzen müsst und so, okay, macht, was ihr wollt. Aber wenn eure Mutter oder eure Partnerin oder wenn ihr bei irgendwelchen anderen Leuten zu Besuch seid und ihr pinkelt im Stehen mit einer Morgenlatte, Alter, dann seid ihr meinen Augen einfach nur abschaum. Dann seid ihr meinen Augen einfach nur abschaum, Alter. Lasst diese Scheiße sein. Setzt euch einfach hin. Alter Schwede. Achtung, Warnung, ihr werdet in 99% der Fällen auf den Boden pfissen. Dann gibt es noch den Handstand. Offensichtlich kann man sich vorstellen, was da... Ja, okay, das mache ich auch öfters morgens. Das kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, eine legitime Methode. Also, das könnt ihr auch auf öffentlichen Netten machen. Was dabei passiert, versucht euch nicht ins Gesicht zu pinkeln. Bitte. Nur für sehr sportliche Menschen geeignet. Und, und ich denke, der wohl so ziemlich geilste, der Superman. Ja, das passiert auch häufiger, ja. Es ist im Prinzip das, wie der Name es sagt. Am besten ein Cape tragen, dann ist es extra episch. Wir haben eben schon mal kurz über Überraschungsschniepelis geredet. Also, was tun, wenn du der Schulleiter zum Referat oder was auch immer aufgerufen wirst, du musst jetzt nach vorne gehen, aber in deiner Hose befindet sich Dwayne The Rock Johnson persönlich. Dann gibt es die sehr beliebte Gürtelklemmtechnik. Und für viele Mädels klingt das wahrscheinlich total abartig. Aber für viele Typen würden jetzt sagen, oh ja, kenne ich. Das ist so ziemlich eine Technik, bei der Dwayne The Rock Johnson einmal nach oben gedreht wird, in den Gürtel geklemmt wird und dann mit einem T-Shirt, einem Pulli, einem Oberteil bedeckt wird. So kannst du aufstehen, ohne dass man es dir ansieht, dass der Typ da unten gerade in der Muckibude hantiert. Aber diese Technik birgt auch einige Gefahren, denn wenn du versuchst, dich zu bücken... Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Nicht zur Empfehlung nach, äh, nicht zur Nachahmung empfohlen. Kann nämlich, äh, auch dann mal ganz schnell das T-Shirt hochrutschen. Aufzuheben kann es sehr schmerzhaft werden, also lieber nichts fallen lassen. Nächster Fakt! Die nächste Situation ist eine Situation, die wir alle kennen. Egal ob Mädel oder Junge, wir haben es beide mal erlebt, egal von welcher Seite. Kennt ihr das? Ihr seid im Schwimmbad, alle sagen, hey, lass uns Wasser gehen. Alle sind so, yeah! Und dann gibt es so diesen einen Typen, der sagt, ich komme so in fünf Minuten nach und liegt so auf dem Bauch. Und du bist so, hä, komm doch jetzt, wird der so, nee, ich will mich doch ein bisschen sonnen. Das, ich war, also, it's my real talk aus dem MaxNormic, Alter. Ich war immer der Typ, der im Wasser gewartet hat, aber ich habe mich nie gesonnt oder mich auf die Liege gelegt. Aber, wenn ich irgendwie mit Leuten schwimmen war, in meiner jungen Zeit und so etwas passiert ist, dann bin ich einfach immer länger im Wasser geblieben. Ach, ich bleibe noch was, ich bleibe noch was im Wasser, oh, ist gerade so nice und so ein bisschen rumschwimmen und so, äh, oh mein Gott. Ich fühle mich doch ein bisschen sonnen. Ja, der hat auch gerade schnippelig engstern laufen. Es ist immer das Gleiche, im Schwimmbad, auf dem Handtuch, auf dem Bauch liegen. Ihr wisst, was abgeht, Leute, hakt nicht so unangenehm nach und sagt, ach, komm doch mit ins Wasser, komm, ich ziehe dich jetzt mit. Heul mal nicht rum, na komm schon, wir gehen alle. Es ist gerade super unangenehm für den Jungen, weil er will einfach nur kurz warten, bis jetzt sein Mini-Johannes entspannt hat. Und dann kommt er auch mit ins Wasser. Aber je länger du nachfragst und je öfter du darauf rumhagst, umso unangenehm man wird, umso seltsamer wird die Situation. Finde ich damit ab. Er hat gerade eine Latte, Macchiato und kommt dann gleich. Nächster Fakt. Die meisten Männer sind sich unsicher, was die Größe ihres Ding-Dongs angeht. Und das liegt vor allem an zwei Sachen. Erstens, sie schauen zu viele Pornos aus, in denen Männer einfach 50 cm Gemächte haben. Ihr könnt euch nicht mit denen vergleichen, Leute. Und... Tipp, tipp. Schaut einfach nur noch Pornos und Mikropil. Boi. Alter, dann läuft der Hase. Finde ich halt auch, so viel Wichtigkeit reinzulegen in irgendwelche Statistiken, wo es um Durchschnittsgröße von Lulus in Deutschland geht. Erstens, ihr wisst nicht, woher diese Daten stammen. Zweitens, wahrscheinlich stammen diese Daten aus irgendwelchen Befragungen. Und bei den meisten Befragungen werden die Männer wohl ein paar Millimeter oder Zentimeter dazu geschummelt haben. Also, chillt euer Leif. Und drittens, der Mythos, je größer, desto besser ist es absoluter Bullshit. Es kommt komplett individuell darauf an, was ihr damit machen wollt und mit wem ihr... Oh mein Gott, wie es das anhört. Es kommt darauf an, was ihr mit eurem... Ne? Machen wollt. Was will man denn damit machen? Also, okay. Wofür ist denn ein... Ach, what the fuck, was hat man denn damit vor? Also, es gibt doch nicht so viele Dinge, die man damit machen will, oder? Ja gut. Ich könnte jetzt was richtig Böses sagen, aber das mache ich nicht. Dann würde ich nämlich, äh, dann würde ich nämlich Post bekommen von You Allys Anwalt. Also, lassen wir es an dieser Stelle. ...was machen wollt. Und da sind verschiedene Größen bei verschiedenen Frauen oder auch Männern unterschiedlich gut oder schlecht. Es gibt also nicht die ideale Lulu-Länge... Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Das ist nicht dein Ernst, oder? Girl? Komm mal kurz gucken. What the fuck? Ähm... What the fuck? Oh mein Gott, ey, ich weiß... Ich weiß echt nicht, was ich jetzt sagen soll. What the fuck? Okay. Moment. Ich mache das echt schon lange hier, ne? Auch auf Twitch und... Ich mache es ja schon ein paar Jährchen, aber das... Sowas habe ich noch nicht erlebt. Yannick hat gerade donated. Und zwar... 1.000 Euro. Alter. War Auto... Hä? Junge, was? What? Yannick, ist das ein... Ist das ein Joke? Ey, sorry, Leute. Ich muss kurz... Ich... Äh... Ich muss kurz... Ich muss kurz mein Leben raffen. What the fuck? Yannick? What the fuck? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vor allem, weil du einfach Autofill reinpackst und einfach das Geld raushaust, aber nicht irgendwie mit einer deep Message, sondern du machst so Autofill, Autokorregel, zack, zack, zack und haust... Yannick, ey, ich weiß nicht, was abgeht mit dir. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist heftig. Ey, ich bin gerade so aus der Bahn geworfen. Ich weiß gar nicht, was... Ich... Okay, wir werden... Ach, scheiße. Jetzt habe ich meine Kamera ausgeboxt, weil ich so ein Hänger bin, Alter. Schaut euch das Video... Schaut euch das Video... Ähm, schaut euch das Video komplett zu Ende bei Anni an. Ja. Ähm, ist ein süß gemachtes Video. Ein bisschen, ein bisschen übertrieben mit den Synonymen, aber okay. Ähm, 10 von 10 Süßigkeitspunkten auf jeden Fall. Supportet sie. Haut rein, Leute. Kuss geht raus. Wirklich, dankeschön. Kuss geht raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.